Bist du auf der Suche nach einer Strategie, um dich zu heilen, um dich heilen zu lassen, um deine Schmerzen zu besiegen, deine Depressionen, deine Unsicherheiten, Ängsten, Panikattacken, Allergien, dein Reizdarmsyndrom und so weiter und so fort. Bist du auf dieser Suche? Ja, dann muss ich dich enttäuschen. Du wirst hier nicht das finden, was du überall in diesem Suppen, Gemüse, das Internet findest, in drei Sitzungen, in sieben Seminars, die fünf Geheimnisse des Lebens, das Superfood. Du kannst den Rest deines Lebens weiter suchen. Du kannst aber auch hier zuhören. Das, was ich sage, hat nichts und wirklich gar nichts mit Esoterik zu tun. Es hat mit dir zu tun. Es hat mit Natur zu tun und Evolution zu tun. Es hat vielleicht im weitesten Sinne mit Spiritualität zu tun, aber wirklich sehr weit entfernt. Es hat mit Prozessen zu tun, die mit dir zu tun haben. Und du kannst natürlich sagen, ich habe eh schon alles ausprobiert. Dann frage ich dich, warum suchst du weiter? Denn du bist ja auf der Suche, sonst würdest du gar nicht dieses Video präsentiert bekommen. Die KI von Google lässt grüßen. Und du kannst natürlich sagen, ich suche handweste Strategien und logische, klare Erklärungen, wie ich mein Problem lösen kann. Ja, dann sage ich dir auch, such weiter nach einer Strategie des Lebens, die es nie gegeben hat. Evolution ist ein Prozess. Und natürlich gibt es sehr viele wunderbare Guru-Erklärungen. Es gibt sehr schöne Theoretiker, die da draußen in sehr schönen harmonischen Worten dir dein Problem erklären können, wo du dich aufgehoben fühlst in der Erklärung, die dir aber nicht wirklich klar machen können, wie du es wirklich löst. Du kriegst allgemein nur Erklärungsmodelle geliefert, die dich irgendwie wie in einem Kanal zu dem Fliegenfänger hinführen. Und damit du dort irgendwo ein 6000 Euro Seminar buchen sollst, das du natürlich im Vorfeld erstmal umsonst kennenlernen kannst beim gemeinsamen Meeting. Du kriegst jede Menge Hinweise und Informationen, damit etwas verkauft wird, digitalisierte Ware. Und digitalisierte Ware lässt sich deshalb so gut verkaufen, weil sie muss nur ein einziges Mal angefertigt werden. Ja, und dann muss man es so darstellen, und das können die Großen dieser, sagen wir es mal, Verkaufsmasche sehr gut. Und wenn du mich dann wirklich kennenlernen willst, dann bin ich da und ich höre dich und ich nehme dich ernst. Und dann kaufst du dieses 300, 400 Euro Paket und merkst, dass es eigentlich nicht wirklich der Master of Disaster war, der da live anwesend ist, sondern eigentlich nur irgendein digitales Abbild, das immer wieder bei jedem das gleiche quatscht. Das ist jetzt keine direkte Abwertung und trotzdem ist es eine Abwertung, weil du bist einzigartig. Und wenn du bis hierhin schon mal durchgehalten hast, dann bist du schon mal weiter als viele andere, die einfach sofort die schnelle Lösung suchen. Und weil ein Teil von dir weiß, schnelle Lösungen gibt es nur in den Versprechungsmodellen der Verkaufsanbieter. Du bist einzigartig. Ich habe ein einfaches Beispiel dafür. Dieser Würfel hier, den kennt jeder, so eine Art Zauberwürfel, ja, das heißt, da kannst du alles verdrehen und verschieben. Und jetzt stelle ich dir die Frage, eine recht einfache Frage, wie viele Möglichkeiten enthält dieser Würfel? Wie viele Möglichkeiten? Also, wie viele Möglichkeiten des Verstellens? Also, ich frage meine Klienten, bei den meisten bin ich online verbunden, also für Videocall. Meistens kommt sowas raus wie 100.000, 60.000, 100.000. Letztens sagte jemand mal 160 Millionen, so ähnlich wie beim Lotto. Das ist seltener. Und trotzdem ist es noch falsch. So ein Würfel besteht aus sechs Seiten und der hat zu 100% mit dir zu tun. Sechs Seiten, mehr nicht. Und 26 Bausteine. Und alleine diese sechs Seiten und 26 Bausteine ergeben rein mathematisch berechnet, kann man überall nachlesen, ungefähr, was war das, 43 Trillionen Variablen. 43 Trillionen. Das heißt, wenn du kein System, also 43 mit 18 Nullen hinten dran, also eine gigantisch große Zahl, Billionen, 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 Trillionen. Und wenn du also keine Strategie hast, dann wirst du diesen Zauberwürfel, wenn er einmal ordentlich verstellt wurde, nicht lösen können. Nur mit einer Art Strategie. Es gibt Menschen, die lösen diesen Zauberwürfel, egal wie er verstellt wurde, in maximal 20 Schritten unter vier Sekunden. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die das Ding verdrehen. Und ich will den jetzt nicht verdrehen, weil ich habe die Strategie nicht gelernt. Dann ist er futsch, dann kann ich mir einen neuen holen. Und ich habe keine Lust, mich mit dieser Strategie auseinanderzusetzen. Warum ist er wichtig, dieser Würfel? Immer noch. Du bist dieser Würfel. Aber du bist nicht ein totes Stück Materie. Und allein dieses tote Stück Materie hat bereits 43 Trillionen Verstellmöglichkeiten. Und wenn du diese Strategie des Lösens nicht kennst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit ihn niemals wieder in die Ausgangsposition zurechtbringen können. Die Strategie ist das Entscheidende. Und natürlich gibt es verschiedene Strategien. Aber der Würfel kann also in 43 Trillionen Stellungen dir überreicht werden. Und jetzt musst du eine Lösung finden. Jetzt stell dir vor, du wärst ein Therapeut, ein Coach. Und jetzt kommt ein Mensch zu dir. Ein verstellter Würfel. Ja, ein Mensch. Aber der hat ein paar mehr Verstellmöglichkeiten, der Mensch, als 43 Trillionen. Denn er hat ja Geschichten in sich. Aber da komme ich später drauf. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wenn du bis zum Ende des Videos durchhältst, dann wirst du die ultimative Wahrheit hören. Dann, Herr Gott, das hört man ja schon fast überall, gebetsmühlenartig. Natürlich ist es wichtig, dass du durchhältst, weil sonst wird anderen das Video nicht so schnell gezeigt. Aber das entscheidest du selbst. Ich habe eine Wahrheit für dich, die ist in vielen meiner Videos bereits enthalten. Eine Wahrheit, die so ähnlich ist, wir sind auf der Scheibenerde und die Erde ist in Wirklichkeit rund. So, und das muss man erstmal schlucken, diese Kröte. Wir sind immer noch bei den Würfeln. Wenn also du wärst ein Coach, ein Therapeut, jetzt kommt jemand zu dir hin und sagt, ich habe dies und jenes Problem. Okay, jetzt kannst du eine Strategie benutzen. Eine Strategie, wenn du sie gelernt hast, dass du in ca. 20 Zügen zum Ziel kommst. Was aber ist, wenn dieser Mensch zu dir kommt und der Würfel gar nicht nur verstellt wäre, sondern teilweise demontiert, zerstört oder außerhalb jeder Strategiemöglichkeit falsch zusammengebaut, dass deine Strategien nicht funktionieren, lieber Coach und lieber Therapeut. Was würdest du dann machen? Ja, dann versuchst du trotzdem, deine Regeln durchzusetzen, die du gelernt hast. Das ist leider ein Fehler. Und jetzt mache dir nochmal klar, dein Gehirn besteht aus Gehirnzellen. Also, Zellen, Systemen, das ist ja auch eine Art System. Aber eine einzige Gehirnzelle kann bereits mit bis zu 10.000 anderen Gehirnzellen kommunizieren. Kannst du nicht, kann ich nicht. 10.000 anderen Zellen kommunizieren, sich austauschen. Und eine Körperzelle, jetzt sind wir wieder bei den Würfeln, besteht nicht aus 26 Bausteinen, sondern aus Hunderten von Millionen Prozessen, Bausteinen. Und genau da setze ich an, in all meinen Erklärungen. Niemand kennt das Gehirn. Niemand kennt wirklich die Grundlagen, die unser Gehirn benutzt, um sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten und dieses Gefühl von Leichtigkeit und Lebendigkeit, so wie wir es gerne uns wünschen, wahrnehmen zu können. Niemand weiß das wirklich. Und wenn wir uns eine Psychologie angucken, nennen wir sie mal eine typische gesetzliche Psychologie. Gesetzlich sage ich damit, das heißt die, die vom Gesetzgeber, also damit von Gutachtern und Ähnlichem unterstützt wird. Das sind die paar psychologischen, nennen wir es mal Eckpunkte, die wir so kennen. Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Gesprächstherapie und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird von außen eine Messlatte angelegt von Menschen, die überhaupt nicht das Gehirn kennen, teilweise noch nicht einmal die Grundlagen, die wir heute erkannt haben, benutzen. Also wir haben zwei Gehirnhälften unterschiedlicher Struktur, das wird hier überhaupt nicht in dieser Psychologie benutzt. Wir haben ein logisches System, das mit Zeittaktungen arbeitet. Wir haben ein Gefühlssystem, das außerhalb jeder Zeittaktung, sondern nur nach emotionalen Grundlagen sich strukturiert. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben also Prozesse am Laufen in uns und die Außenwelt, also das, was uns heile machen will, das, was uns wieder Leben bringen will, das, was uns aus der Depression herausführen will, benutzt Methoden, die so ähnlich wie bei den Alchemisten sind. Mal führen sie ein bisschen zum Ziel, mal führen sie ein bisschen mehr zum Ziel, meistens, aber hinterlassen sie Drehtürpatienten. Die Leute, die sich damit auskennen, die kennen auch die Hintergründe. Und diese Drehtürpatienten sind dann die Menschen, die eben besonders einzigartig sind und überhaupt nicht in irgendein Raster hineinpassen. Ja, und diese Menschen suchen natürlich Lösungen. Aber das Problem dieser Lösungen ist, sie finden sie nicht in irgendeiner Struktur. Denn das eigene Gehirn hat ja letztlich durch innere und äußere Informationen ein Problem erzeugt. Ja, es hat es erzeugt. Eine Depression erzeugt sich nur in deinem Gehirn. Eine Panik, eine Angst erzeugt sich nur in deinem Gehirn. Das bedeutet, in deinem Gehirn ist alles enthalten. Da ist die Lust auf Lebendigkeit enthalten. Da ist das Gefühl der tiefen Abgründe in dir enthalten. Da ist der Wunsch nach Leben enthalten. Da ist aber auch die tiefe Dunkelheit, der Schmerz und die Angst enthalten. Also alles ist in deinem Gehirn. Es ist da drin. Und ich nehme jetzt mal so ein Gehirn in die Hand. Und wenn dieses Gehirn das alles enthält, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, alles enthält dieses Gehirn, also all deine Geschichten, dich erzeugt. Und jetzt sagst du, hallo, ich bin doch nicht, ich bin mein Gehirn. Habe ich ein Video dazu gemacht, du bist nicht dein Gehirn. Wenn also dieses Gehirn alle Gefühle erzeugt, also dich wahrnehmen lässt. Wenn du also etwas verändern willst, wo musst du dann etwas verändern? In dem logischen Strategiesystem. Du bist ein Würfel, ich habe eine Strategie, wie ich dich wieder heile kriege. Oder, ich nehme jetzt hier mal mein Multitool, die, die es noch nicht kennen aus meinen Videos, kurze Erklärung. Symbolisch bist du hier oben, das Bewusstsein. Diese Kugel ist das Ich-System, das alles repräsentiert, aber in dem Ich-Gefühl. Also ich nehme den Raum wahr, ich nehme die Kamera wahr, die mich aufnimmt. Ich weiß, dass die Kamera mich nicht frisst, weil ich das gelernt habe. Wäre ich im Urwald groß geworden, würde ich da gar nichts mit anfangen können. Dieses Ich-System, der Gegenwart, wird gefüttert aus den Erfahrungen meiner Vergangenheit. Die Strukturen, es sind Strukturen. Aber ab einem gewissen Bereich meines inneren Systems, meines inneren Gefühls- und Bewertungssystems sind es nur noch Informationen, die in bestimmten Strukturen, bestimmten Archiven, bestimmten Räumen sozusagen in uns gespeichert sind. Und diese gespeicherten Informationen, die sind nicht mehr strukturierbar wie so ein Zauberwürfel. Da kannst du eine Strategie haben, aber mit der kommst du hier unten nicht klar. Warum nicht? Weil das, was hier unten ist, ist nicht mehr logisch. Es enthält nicht die Logik der Gegenwart. Es enthält nicht die Logik, eins und eins ist zwei. Das, was du siehst, ist letztlich eine Art Illusion. Es ist längst bekannt, zumindest in der sich dafür interessierenden Fachwelt, dass wir niemals die Wirklichkeit sehen. Wir sehen nur, sagen wir es mal, das, was unser Gehirn uns sichtbar erscheinen lässt. Und das wirst du auch bei vielen, sagen wir es mal, optischen Illusionen erkennen können. Das, was unser Gehirn sichtbar erscheinen lässt, das kannst du sehen. Was anderes nicht. Der einfachste Beweis ist dein Blinderfleck im Auge. Also jedes Auge hat einen blinden Fleck, da wo sozusagen der Nerv, der Sehnerv in die Seerinde hinein, aus der Seerinde heraus ins Auge hineingeht, also in die Sehzellen. Und an der Stelle kannst du nichts sehen. Da bist du sozusagen blind. Das ist der blinde Fleck in deinem Auge. Aber du siehst ihn nicht. Du kannst hingucken, wo du willst. Und was bedeutet das? Irgendwas passt doch hier nicht. Du siehst nicht den blinden Fleck, obwohl er in jedem Auge da ist. Und jetzt sagen manche, ja, die eine Hirnhälfte rechnet das andere weg. Dann kannst du dir auch eine Auge zuhalten und sagen, jetzt müsste ich ja. Du siehst es nicht. Und was bedeutet das? Du siehst das Bild, das dir dein Gehirn gibt. Und das wiederum bedeutet, du siehst das Gehirnbild, das dein Gehirn erwartet. Und wenn du jetzt dieses bildhafte Gefühl auf deine Gefühlsebene herunterbrichst, dann nimmst du die Gefühle wahr, die dein Gehirn erwartet. Und wenn dein Gehirn morgens beim Aufwachen negative Gefühle erwartet, dann fällst du in ein tiefes Loch, gleich morgens, ganz früh. Und wenn du immer abends Angst hattest, dann kommt abends die heftige Zeit deines Lebens. Nachts oder Nachts, du wirst permanent geweckt von Träumen, Albträumen oder Unruhegeistern. Dein Gehirn ist sozusagen der Taktgeber. Und dieser Taktgeber unterliegt nicht den Worten, so wie wir es kennen. Denn sonst, das habe ich ja schon mal gesagt, dann gehst du in dein Gehirn rein und sagst, hallo Gehirn, mach mal die Angst weg, die brauche ich nicht, die ist unlogisch. Ja, ich bin jetzt hier in Friede, Freude, Eierkuchen und fühle mich sicher. Vergiss es. Das geht nicht. Das geht nur dann, wenn, jetzt nehme ich wieder mein Multitool, wenn das Problem, das Bewusstsein hier oben, dein Problem sozusagen nach der Prägungszeit entstanden ist. Die Prägungszeit ist so null bis drei Jahre alt, circa. Das heißt Autounfall, Raubüberfall, du bist Opfer eines, was weiß ich, Einbruchs geworden. Oder du hast Menschen verloren und das tut sehr weh. Da kann man mit Glocki, 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 ich gebe mein Gehirn rein, mit ein bisschen Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie kann ich das Thema lösen. Weil ich über Worte versuche, eine logische Struktur zu finden und diese logische Struktur sorgt dafür, dass sich hier in dieser Welt der logischen Strukturen etwas neu vernetzt. Wir könnten auch sagen, in der Großhirnrinde. Und diese Großhirnrinde, nur zur Klärung noch einmal, das ist diese Schicht. Jetzt denkt man, das ist das Gehirn. Nein, das ist eine 2 Millimeter, maximal 2 Millimeter dicke Schicht, die wie so ein Lappen hier reingelegt und sich deshalb faltet, damit da ein bisschen mehr Platz drin ist. Das heißt, diese Schicht ermöglicht uns, die Welt ganzheitlich wahrzunehmen. Da unten drin, man nennt das auch limbisches System, Stammhirn. Keiner von diesen Systemen hier weiß, dass es eine Außenwelt gibt. Dein Gehirn weiß noch nicht mal, dass es eine Außenwelt gibt. Ja, jetzt kannst du in den Kopfstunden sagen, das kann doch gar nicht sein. Dann sage ich, okay, beweis mir das Gegenteil. Du wirst es nie schaffen. Nie. Das ist so, als wenn ich weiß, die Erde ist rund und du sagst, die Erde ist eine Scheibe, weil du es so gelernt hast. Die ist rund. Und das Gehirn benutzt eine Sprache, die im Moment immer noch kein Mensch auf dieser Welt versteht. Auch ich nicht. Ich bin hauptsächlich Pragmatiker. Das heißt, das ist so ähnlich, als wäre ich Geburtshelfer und hätte von meinem Vater und Urgroßvater und Ururgroßvater, ich nehme jetzt wie Väter, ja, wie eine Geburt eingeleitet wird. Ich hätte keine Ahnung, wie Sperma und Eizelle sich treffen und einen guten Tag sagen. Ich hätte keine Ahnung, dass da irgendwelche medizinischen Prozesse stattfinden. Aber als Pragmatiker wüsste ich, durch unglaublich viele Erfahrungsmomente instinktiv im richtigen Moment den richtigen Handgriff an der richtigen Stelle umzusetzen. Natürlich bin ich nicht nur Pragmatiker. Ich habe mich schon als Autodidakt sehr weit fortgebildet, würde ich sagen. Aber auch fort von dem schulmedizinischen System, weil es trennt Körper und Geist. Und Körper und Geist kann man nicht trennen. Das weiß die moderne Hirnforschung. Da glaube ich der modernen Hirnforschung ein bisschen mehr als eine Psychologie, die bis vor gar nicht so langer Zeit Linkshänder in Rechtshänder umdressieren wollte. Aus homosexuellen Menschen normale Menschen machen wollte. Die am Berliner Experiment auch gar nicht so lange her obdachlose Kinder an Pädophile weitergereicht hat über viele Jahre und diese Leute, die das gemacht haben, nie dafür belangt wurden. Bis heute nicht. Also ich sage mal, ich habe ein anderes Glaubensmuster entwickelt. Nämlich das Glaubensmuster der Evolution und der Natur. Und ich möchte dir nachher zeigen, wie du dir ein bisschen näher kommst. Und ich sage es bewusst erst jetzt und nicht am Anfang des Videos, weil wenn du bis jetzt durchgehalten hast und sagst, hey, das hört sich ja interessant an, ist ja eine andere Sichtweise oder eine Sichtweise, die du vielleicht hier und da und dort schon mal ein wenig gehört hast, dann halte weiter durch, sei dabei, bleib dabei, ich freue mich darüber, dass du dabei bist, stell mir gerne Fragen, die ich dir auch gerne beantworten möchte, einfach in die Kommentarbox. Worum geht es also? Es geht darum, dass wir in uns, in unserer tieferen Ebene, also einer Ebene, die wir über Worte gar nicht erreichen, etwas verändern wollen. Ich habe es mal so ähnlich in dem Schlaganfall-Video vermittelt, wo also der Schlaganfall-Patient das komplette Sprachzentrum durch den Schlaganfall zerstört wurde und wir dann über die Gefühlsarbeit und ich nenne es einfach nur Gefühlsarbeit, durch die Gefühlsarbeit diesen Menschen dazu gebracht haben, dass er komplexe Fragen verstehen konnte. Vorher hat er nicht mal verstanden, wie geht es Ihnen? Er guckte zu seiner Begleitung, er wusste überhaupt nicht, was ich sagte. Aber in der Gefühlsarbeit konnte er komplexe Fragen verstehen und ich hatte, ich muss sagen, das Glück, weil ich hin und wieder eben immer wieder die Leute frage, darf ich Mitschnitte machen, wenn ja erlaubt, okay, Unterschrift, danke, dass ich es veröffentlichen darf. Und das habe ich eben auch dort diese Erlaubnis bekommen und diesen Mitschnitt habe ich teilweise eben veröffentlicht. Er zeigt, dass etwas möglich ist, was aus der schulmedizinischen Ebene überhaupt nicht möglich wäre. Und ich möchte dir Stück für Stück in meinen Videos, Aufklärungsvideos näher bringen, was eigentlich es bedeutet, fühlen, denken, wahrnehmen, was diese gigantische Teamarbeit bedeutet. sie bedeutet nicht, dass ich hier irgend so einen Zauberwürfel habe und dann mit einer bestimmten Strategie etwas umsetze. Das kannst du machen, wenn du einen Beruf erlernst. Das kannst du machen, wenn du in der Schule eine Sprache erlernst, strategisch arbeiten. Aber mal ganz einfach, hast du schon mal versucht, strategisch Liebe zu fühlen? Strategisch Vertrauen zu fühlen, strategisch Angst wegzumachen, die einzige Strategie, die ich da kenne, die die meisten Menschen anwenden, ignorieren, ich rede ja eine akute Angst, ignorieren, wegtrinken, also Alkohol, Tabletten, ablenken mit Arbeit, ja, oder sich permanent auf die Brust oder aufs Hirn klopfen, Affirmationen wegzittern, ja, Subliminals habe ich auch schon was zu erzählt oder sich irgendwelche schönen höheren Geister vorstellen, das hilft, das sind alles Prozesse, die für den Moment das Gefühl verändern, aber nur für den Moment meistens. Dieses Gehirn wird von den allermeisten Menschen unterschätzt und das Bewusstsein wird von den allermeisten Menschen überschätzt. in einem Film, den ich sehr schätze, Matrix, das ist so ähnlich wie Platons Höhlengleichnis, das heißt eine Illusion, eine Umgebung, die geglaubt wird. Und dazu habe ich eine kleine Liste von herrlichen Filmen gemacht, starke Filme, ist auch unten in der Infobox verlinkt, die ähnliches immer wieder deutlich machen, die Truman Show. Du kannst nur lernen, was man dir beibringt. Und wenn man dir beibringt, dass du an Gott glaubst, dann glaubst du an Gott. Wenn du zehn Meter daneben geboren wirst, dann glaubst du an, was weiß ich, den heiligen Binbam, Konfuzius oder den heiligen Bandwurm. Das sind keine Abwertungssysteme, es sind Fakten aus der Evolutionspsychologie und ich möchte dir einfach nur vermitteln, dass die Welt anders funktioniert, weil wenn du das für dich verinnerlichst, dann spürst du, dann merkst du eigentlich, dass die gesamten Bewertungen, die gesamten Abwertungen, die du irgendwo erfahren hast und die du heute immer noch in dir fühlst und spürst, dass diese mit dir erst einmal nur so viel zu tun hatten, wie das Beispiel, das ich dir jetzt gebe. Du flutscht auf die Welt und bist ein fühlendes Wesen, mehr nicht. Und in den ersten sechs Monaten nimmst du die Welt nur, sagen wir es mal, strukturiert wahr, ohne zu wissen, dass du es wahrnimmst. Du kannst noch nicht sprechen und trotzdem hörst du schon, wir nennen es Fehler, in der Sprach, in der Grammatik. Was bedeutet das? Papa sagt, Schatz, lass uns essen gehen. Wärst du ein sechs Monate altes Baby, dann schaust du nicht hin. Ist langweilig, Struktur kennst du. Jetzt sagt der Vater, bevor er einstudiert, Schatz, essen gehen lass uns heute und du schaust als Baby hin. Warum? Weil du etwas wahrnimmst, was neu für dich ist und daran kann man bei Babys erkennen, alles was neu ist. Natürlich ist es in unserer Sichtweise ein Fehler. Das heißt, dieses Kind erkennt, dieses Baby erkennt eine Struktur, die neu ist, aus unserer Sicht fehlerhaft. Und genau so werden in diesem Baby bereits die Kommunikationsprozesse zwischen Mama und Papa und Papa, den Geschwistern und ihm selbst die Wahrnehmung, wie man mit mir umgeht, ohne es bewerten zu können. Das Kind hat keine Vergleichsmöglichkeiten. Und dann entbilden sich dann Strukturen in diesem Baby. Und etwas später lernt es Worte. Also wieder mit meinem Multitool ausgedrückt, dieses Baby hat keine großen Strukturen. Es hat einfach nur Informationssammel, Archivier und Verstehmöglichkeiten, neuronale Systeme, die sich ausrichten müssen nach der Umgebung. Und jetzt irgendwann merkt es, es gibt Regeln. Ja, noch nicht bewusst. Da oben versteht es das noch nicht. Baby, Papa, Schatz, lass uns essen gehen oder Schatz, essen gehen, lass uns heute Abend. Dieses System erkennt schon Regeln. und irgendwann später kommen Worte dazu. Und wenn in diesen Worten das Sippensystem sich abbildet, also eine Sippe, eine Mama, ein Papa, der überängstlich ist, naja, man kann ein Kind auch zu Tode lieben, indem er es in einen Käfig, der Angst bringt, aber ihm keine Sicherheit gibt, dann fühlt sich dieses Kind extrem verbunden mit dem Elternsystem, kann nicht loslassen, und es hat gleichzeitig eine extreme Unsicherheit gegenüber dieser Welt oder den Abwertungssystemen, die werden hier drin im System gespeichert. Du bist nicht wert, du bist nicht gut, du bist nicht richtig und das erzeugt Wortstrukturen. Ja, du merkst, es ist unglaublich kompliziert und komplex und darum und darum habe ich auch viele Videos, die sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen und wenn du es bis hierhin durchgehalten hast, ja, dann lade ich dich ein, wenn du magst, mit mir über diese Themen auch zu reden, zu diskutieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das einrichten werde, per Zoom oder per Skype, so, dass du anonym oder vis-à-vis per Bild in einer Gruppe mit mir live diskutieren kannst, denn irgendein digitales Material werde ich dir nicht um die Ohren hauen können, das dir dein Problem löst. Das sind die Illusionsbelohnungen der Außenwelt, denen man gerne nachläuft, wenn man sein Problem lösen will, aber die gibt es nicht. Was tiefgründig vernetzt ist, kannst du nicht einfach oben lösen. Aber die Erfahrung wirst du schon machen und viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie es geschafft haben zu funktionieren wieder, nicht mit der Gefühlsarbeit, nein, mit anderen Methoden, weil man ihnen beigebracht hat, du musst jetzt lernen zu funktionieren und damit musst du leben, das ist so bei dir und damit bist du austherapiert oder du behältst die Angst, akzeptiere sie einfach. Nein, hat einen Anfang und es hat ein Ende und dieses Leben ist immer noch aus meiner Sicht einzigartig und das Einzige, was du besitzt. Lohnt es sich nicht, dieses eine Leben in Lebendigkeit, in Stärke und mit so vielen guten Gefühlen der Leichtigkeit zu belegen wie möglich, immer im Rahmen der äußeren Möglichkeiten, aber nicht eingeengt von Ängsten, von Panik, unterdrückt von Depressionen und zum Zerbersten gefüllt von Wut. Das ist nicht dein Leben. Es ist das Leben der anderen, das in dir implantiert ist durch Regeln, durch Bewertungen, durch Abwertungen und all das kannst du lösen. Wie? Nun ja, ganz sicherlich nicht, indem du so ein Buch, ich will es jetzt nicht zeigen, liest und da steht, wie die Hirnforschung hilft, Angst und Panik für immer zu besiegen. Ja, geschrieben von einem NLP und Hypnose Techniker, der natürlich nicht schreibt, dass hier Hypnose drin sein soll. Er beschreibt es als die einzig wahre Möglichkeit mit Affirmationen und Suggestionen, er nennt es übrigens auch nicht Suggestionen, damit die Leute es gar nicht erst merken, sich selber besser zu fühlen. Und das Buch ist ein Bestseller geworden. Gleichzeitig ist es in einer Fachzeitschrift dermaßen seziert und zerfleddert und gestreddert worden, was da drinsteht, aber wie das so ist. Das Problem ist, der allermeisten Menschen, sie suchen schnelle Lösungen. Und in diesem wunderschönen Film Matrix gab es eine Szene, da sagte jemand, Menschen wollen doch gar keine Fakten wissen. Menschen kannst du am einfachsten manipulieren, indem du ihnen Träume implantierst oder Wünsche, die du erfüllen könntest, implantierst, indem du sie leitest mit schönen Worten, dass sie das Gefühl haben, sie werden verstanden. Fakten sind unwichtig. Das ist schade, das ist eine Wahrheit, leider. Und das ist der Grund, warum auf Fakten basierte Informationen eben seltener betrachtet wird, als TikTok und Co mit seinen Hunderttausenden von Videos zur Ablenkung und den vielen Shorts. Natürlich ist es schwer, Fakten zu akzeptieren. Es war auch schwer zu akzeptieren, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Es war sicherlich auch für die damalige Ärzte schafft, schwer zu akzeptieren, dass Adalas nicht wirklich richtig ist. Aber irgendwann müssen wir es akzeptieren. Und wenn wir es lernen zu akzeptieren, dann können wir unser eigenes Gehirn benutzen. Genau das ist Gefühlsarbeit. Und ich lade dich gleich ein, dein eigenes Gehirn für dich selbst zu benutzen. Denn das System da oben drin ist komplexer als jede KI. Ja, eine KI kann wunderbar dir Texte erstellen. Gar nicht die Frage, aber sie hat null Ahnung, in welchem Kontext diese Texte eine Bedeutung haben. Das System kann so in Bruchteilen von Sekunden Informationsinhalte strukturieren, verändern, verbinden, lösen und in neue wandeln. Und warum kann es das? Weil es evolutionär aus einer Bakterie zu einem Wurm, zu einem Insekt höherer Gattung, zu einem Wirbeltier höherer Gattung, zu einem Mensch sich entwickelt hat. Und das in circa vier Milliarden Jahre. Alles nur übrigens auch aus Bausteinen und wir sind wieder bei Bausteinen. Nur unsere Bausteine sind im Gegensatz zu den Bausteinen dieses Würfels deshalb lebendig, weil sie mit den Elementarkräften der Natur, also elektrisch chemische Kräfte hier in sich arbeiten. Moleküle, Molekülgruppen, die so komplex sind, dass sie in ihrer Komplexität eine Zelle erstellen. Denn jede Körperzelle, die du hast, die noch so lebendig sein mag, besteht nur aus toten, leblosen Molekülen. Oh, das will ich gar nicht wissen, das will ich gar nicht wissen. Ist aber so. Ich weiß, ich Komplexität, das ist der Weg. Man muss sie ein bisschen davon erkennen, nicht alles verstehen. Und dein Gehirn kann nur dich selbst befreien. Nur dein Gehirn kann anhand von äußeren Informationen dich selbst verändern. Denn tief in dein Gehirn, hier, da unten, da kommen Worte nicht so leicht hin. Sie kommen schon hin, aber sie haben da andere Bedeutung. Das heißt, die Bedeutung der Worte ist hier eine andere als dort, wo wir sie bewusst in der Gegenwart wahrnehmen. Denn hier unten, in der Tiefe des Gefühls, ist es die Symbolhaftigkeit, die eine Bedeutung hat. Und diese Symbolhaftigkeit ist tief in dir verankert. Manche nennen es Archetypen. Ich würde es gar nicht Archetypen nennen, weil es sind deine Geschichten, deine Grand Canyons, deine Geschichten, in denen die Flüsse deines Lebens sich entwickeln. Und wenn in diesen Geschichten fehlerhafte Pläne, fehlerhafte Regeln waren, ja, und fehlerhaftes Baumaterial dir übertragen wurde, bitte rein symbolisch betrachten, dann versuchst du immer den Eiffelturm aus Holz aufzubauen, weil Gefühle sind unsichtbar, die kannst du nicht sehen. Das Baumaterial, symbolisch Gefühle, kannst du nicht sehen, du benutzt es immer wieder und du merkst nicht, dass du falsche Wege gehst. Aber dein Körpergefühl in dir zeigt es ja, dein Körpergefühl aus deiner, sagen wir es mal, emotionalen Hirnhälfte. Symptome sind häufig projizierte Körperwahrnehmungen wie Botschafter. Und ein Körpergefühl, also ein Herzrasen, eine schmerzhafte Verspannung, ein Reizdarm, all diese Prozesse können biologischer Natur sein, natürlich, aber bei psychischen, psychosomatischen Mustern sind sie nur Botschafter Systeme. Sie zeigen, im Innern stimmt etwas nicht. Symptome sind sowieso immer nur Endergebnisse und Endresultate, so wie dieser Würfel, wenn er verstellt ist, ist nicht stimmig. Das ist das Symptom. Also muss ihn jemand verstellt haben. Und vielleicht ist das nicht mit Worten geschehen, sondern durch Handlungen geschehen, durch Virenangriffe, durch Bakterien, ja, durch einen Knochenbruch, ja, durch eine Narbe, eine Operation, ja, alles möglich. Aber die, die merken, dass es in einer nennen wir es psychogenen Umfeld geschieht, die spüren, zu bestimmten Zeiten habe ich die Symptome mehr und zu bestimmten Zeiten und in Abhängigkeiten weniger. Und das sind sehr gute Hinweise, dass da was auf der inneren Emotionsebene nicht stimmt. hier hier ist meine Einladung und abschließend noch eine Klo zur Erklärung. In dem Moment, wo ich etwas an oder in mir wahrnehme, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, ich nehme Herzrasen wahr. Okay, und wir gehen immer davon aus, das ist selbstverständlich, das ist ein reiner Achtungshinweis, dass du alles vorher schulmedizinisch abgeklärt hast, denn dafür ist die Schulmedizin richtig und gut, wir haben die Möglichkeiten, ist organisch alles okay. So, du hast Herzrasen, Herzklopfen, Herzrasen, egal wie, dann setzt du dich bitte hin, versuche alles, was du außen hörst und wahrnimmst, bitte nach draußen zu schicken, also Katze raus, Hund raus, wenn es geht, es sei denn, die lassen dich in Ruhe und jetzt fühlst du einfach mal in dieses Körpergefühl hinein. Du berührst dich also, was passiert dabei, wenn du dich bewusst mit deinem bewussten System, mit deiner Hand an der Stelle berührst, wo es Aua macht oder komisch oder schmerzhaft ist, ja, Beklemmungen, egal wo, dann nimmst du eine Art Informationsverbindung auf. Es ist nichts anderes als eine Verbindung. Das bewusste System, ich könnte jetzt auch sagen, das logische System, das auf der einen Seite mehr verhaftet, strukturiert, verankert ist, verbindet sich mit dem Gefühlssystem, das auf der anderen Seite eher aktiv ist. Also, du berührst dich, du nimmst dich wahr, mehr nicht. Und dann kommt natürlich dein Logiker und der sagt, jetzt muss ich fühlen, was ich da spüre, ich will jetzt genau fühlen, was ich spüre. Gravierender Fehler. Dein Logiker muss jetzt auf Deutsch gesagt, sorry, die Klappe halten, er muss die Klappe halten. Jetzt ist der schwerste Punkt, du sollst nur fühlen. Nur wahrnehmen und fühlen, das heißt hinlegen, fühlen. Damit nimmst du passiv als Beobachter ein Gefühl wahr. Denn dieses Gefühl zeigt ja, hier passt das nicht. Dein Herz rattert und zieht und klappert und viel zu schnell. Und wenn du das jetzt wahrnimmst, dann fühle hinein aus einer Art Beobachter Position, ohne dass du etwas suchst. Das ist die schwerste Herausforderung. Spiel also nicht Drogen spüren und such das Gefühl such was ist dahinter. Oh hatte ich eine böse Mama, hatte ich einen schwierigen Vater, hatte ich eine Mobbing Situation. Fehler. Also fühle und fühle dich. Denn das Gefühl ist eine Verbindung. Es ist nichts weiter als eine sogenannte neuronale Verknüpfung der Außenwelt Körper Wahrnehmung ist eine Art Außenwelt. Denn sie ist ja außerhalb des Gehirns, der Körper, die Wahrnehmung. Und sie erzeugt ja im Körper eine Reaktion. Das schnelle Herz. So, wenn du jetzt mit deinem Bewusstsein, da oben ist dein Bewusstsein, nimmst deine Patschefüllchen, legst sie hier drauf, dann fühlst du etwas. Dann nimmst du etwas wahr. Und wenn du offen bist, und dieses Wenn ist eben schwierig, weil ja eben viele Menschen schon sehr, sehr lange die Leiden fühlten, spürten, und immer irgendwo Strategien entwickelten, zu funktionieren. Denn mit Leiden alleine kommt man ja im Leben nicht weiter. Also haben sie Strategien entwickelt, meist logische Strategien, grübeln, denken, funktionieren, Perfektionismus, und so weiter und so fort, mit dem sie versuchten, alles im Leben zu begegnen. Und wenn du dann mit diesem logisch strukturierten System dich berührst, bist du gar nicht so offen. So, und dann fühlst du ein bisschen nur hinein, was du wahrnimmst. Mehr nicht. Nur fühlen. Mehr nicht. Und dann kommt sehr häufig bei den Menschen, die offen schon sind, ein Gespür, ein Gedanke, eine Idee. So wie ein Flashback, aber im Positiven, nämlich eine Idee des Bildes, eine Visualisierung oder ein Gedanke. Und dann kommen solche Gefühle wie Einsamkeit, Verzweiflung, Traurigkeit, Wut, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Das sind die Grundgefühle, die natürlich mit vielen weiteren Gefühlsmustern, die die strukturieren, die das Symptom deutlicher darstellen. Und dieses Symptom ist dann eine Art Leitsymptom. Natürlich ist es zu Hause im stillen Kämmerlein sehr schwer mit sich zu arbeiten, alleine. Denn das ist so ähnlich wie in der Truman Show, wenn du die kennst, oder in Matrix, wenn du den Film kennst, oder in Shutter Island, wenn du den Film kennst, ohne irgendeinen Hinweis, den Fehler im System zu erkennen. Platons Höhlengleichnis, den Fehler im System zu erkennen. Dafür brauchst du in der Regel eine äußere Unterstützung. Entweder kurzfristig oder längerfristig, je nachdem, wie tief dieses System verzerrt ist. Eine Art äußere Sichtweise, die dir Hinweise gibt, wie du mit dir weiter vorankommst. Aber nicht jemand, der von außen dir Regeln vorgibt, wie du dich zu verhalten hast. Und auch niemand, der dir vorher von außen wie ein Therapeut von oben nach unten versucht, dir zu helfen. Du armes Ött, ich helfe dich, ich bin der Therapeut. Alles muss hier stattfinden, auf Augenhöhe. Und das ist eben die Komplexität, die du wirklich, egal wie lange so ein Video sich strukturiert, hier gar nicht genau erklären kannst, weil sie bei jedem einzelnen Menschen einzigartig ist. Und wir sind nochmal, da haben wir schon 43 Trillionen Möglichkeiten bei dem kleinen Gebilde. Und du bestehst aus Hunderten von Billionen Zellen, Viren, Bakterien, Prozesse, die alle miteinander in Verbindung sind und Lebendigkeit erzeugen. Also bist du so einzigartig, wie du es dir nur vorstellen magst. Es gibt keinen zweiten deiner Art. Und innen gibt es auch keinen zweiten Menschen deiner Art. Deine Geschichten haben dich geprägt. Ich lade dich ein, mehr meiner Videos anzuschauen. Ich lade dich aber auch ein, mir einfach eine Nachsicht zu schicken, wenn du an einer, sagen wir es mal, einer Diskussion interessiert bist. Du kannst auch völlig anonym bleiben. Du kannst dir Fragen stellen, die du fragen möchtest. Ja, du kriegst dann alles per Mail zugeschickt. Also ganz locker gehen wir da ran. Denn es geht darum, dass du dich überhaupt erst einmal kennenlernst. Dich selbst und fühlen lernst. Dich selbst und alles andere ist ein Prozess. Und vielleicht schaffst du es sogar mit Hilfe der Öffnung, ich sag es mal, der Öffnung deines Geistes, das alles mit allem in Verbindung steht. Und du selbst deine Realitäten in dir erschaffen kannst, aber nicht durch Affirmationen. Dadurch erschaffst du nur ein Kasper Theater von Wünschen. Das Kasper Theater wird dein Leben nicht wirklich dauerhaft verändern. Du musst in die Tiefe kommen und auch das kannst du lernen, damit dein Leben sich Stück für Stück verändert. Schritt für Schritt. Ja, ich weiß, das war eine ganze Menge Zeugs, was ich dir jetzt so mal nebenbei übergebügelt habe. Wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, dann bedanke ich mich wirklich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und schreib etwas in die Kommentare rein, ich werde es auf jeden Fall beantworten. Und es war vielleicht jetzt diesmal gar nicht so strukturiert zu einem Thema hin, ja, es war mehr zu einem Gefühl hin, ein Gespür für die Welt der Lebendigkeit zu bekommen, ein Gespür dafür zu bekommen, dass kein Problem inneres Problem so einfach mit einem Schalter zu lösen ist, egal was man dir da draußen verspricht. Fühl dich gehalten, vielen Dank für dein Interesse an meiner Arbeit und vielleicht hören oder sehen wir uns ja wieder. Bis dahin.